Musik Ja, ich wollte mich nochmal bedanken an Jörg Vohrmann für den wundervollen Workshop zum Holotropenatmen. Und ich hätte niemals gedacht, dass man organisch durch Atmen psychedelische Zustände hervorrufen kann. Und das heißt völlig drogenfrei, völlig legal und ja, es öffnet wirklich den Horizont. Und man kann tief eintauchen in die inneren Welten der Seele. Und kann ich einfach nur empfehlen, das einmal auszuprobieren. Es ist eine Bereicherung. Dankeschön.